Hallo Leute und beste Grüße aus Bremen. Bei mir gibt es heute kein Mittagessen, denn die Küche bleibt kalt und sie wird sogar noch kälter. Denn ich stehe hier in Zindorf an der Burgerweide und gehe jetzt mit euch gemeinsam zum Bremer Eisfest. Also viel Spaß! Das Eisfest Bremen lockt mit zwei Tagen Eiscreme, Street Food Entertainment für Jung und Alt und noch anderen unzähligen Süßigkeiten. Das gibt es alles mehrmals jährlich in den Sommermonaten auf der Burgerweide Bremen an der Ecke zur Fündorfstraße beim Kulturzentrum Schlachthof. Wer es hierher nicht schafft, darf auch gerne das Eisfest Bremerhaven besuchen. Das gibt es nämlich auch. Freut euch über 20 kreative Eisanbieter, 15 Stände mit den sogenannten Vorspeisen, wie Bratwurst, Burger und zum Nachtisch so etwas wie gebrannten Mandeln oder weitere Lebensfreude aus überzogenem Zuckerkost. Auch einen Zauberer und einen Seifenblasenkünstler habe ich entdeckt. Neben Hüpfburgen, einem Kinderkarussell sowie anderen Jahrmarktständen gibt es noch ein Meer an knalloranischen Sonnenliegen zum Relaxen. Das Highlight ist wahrscheinlich Dr. Ice Cream. Dieses Eis wird für den staunenden Gästen mit flüssigem Stickstoff schockartig auf minus 196 Grad gefroren und mit viel Bondensüßigkeiten lecker dekoriert. Ein echter Hingucker. Aber bei der Hitze mag ich nicht lange anstehen. Bei einem Laster nach Eis bedarf sofortiger Handlung. Deshalb gehe ich weiter und probiere ebenfalls die köstlichen Eis-Kreationen von Rolling Ice. Das sind die berühmten Thai-Eis-Rolls. Ein Dauerbrenner auf dem Eisfest, sagte man hier. Außerdem fand ich die Bubble Waffle eine tolle Idee. Das wiederum ist eine frisch gebackene Eierwaffle, befüllt mit einer Kombination aus Eiscreme und diversen Toppings. Bis zum nächsten Mal. Dann werde ich noch mehr Eis essen. Versprochen. Abonnieren anniversary! Das ist eine Pratsch, wenn ich Wasser spiele, schuss ein Bisschen. farther, nach. Mal. Ausatmen! Los 7-Berequen espresso auf die Fähne!